So, hallo alle zusammen! Sechste Folge, sechste Episode Metal Gear Solid 5. Wir sind relativ weit gekommen, glaube ich, hoffe ich, meine ich. Nein, eigentlich sind wir überhaupt nicht weit gekommen, aber wir machen weiter. Wir waren in der Zwischensequenz, dann lassen wir sie doch mal zu Ende laufen. Ja, gut. Kein Schiff. Eine Bohrinsel. Ja, ja, der gute Kojima. Episode 2. Wow. Wir sind bei Episode 2. Ich habe gelogen, wir sind doch nicht weiter. Wir sind zwei. Ja, nice. Okay. 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 No greater good. No just cause. Cause. Cypher sendt uns to hell. But we're going even deeper. I know. I'm already a demon. Heaven's not my kind of place anyway. Pissing! Wuhrensohn. Im Ernst, dafür hat er jetzt eine Krücke bekommen, für die drei Meter. Hier, nimm, atme Fresse halten und atmen Schlampe Nur eine Sache, Kaz Das ist nicht über die Vergangenheit Wir kämpfen für die Zukunft Lernen Sie, wie Sie eine Mother Base betreiben Nö, noch nicht Interessant Kein Problem Äh Ja Okay Das ist ein Ich will aber meinen Arm benutzen. Tschüss. Und, und, und? Äh, ja. So, warte mal, entwickeln Waffen und Gegenstände, entwickeln, bla, 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 personenverwaltung. Und, und, und? Und, und, und? So. Für, ach. Das macht's halt so charmant, ne? Hä? Du? Du willst auf der Fresse kriegen? Wie kriegen wir hin? Moment. Was, wie geht das? Warte mal. Neige, äh, drücke dann. Um einen Gegner schnell zu werfen. Okay. Ich find das so süß, ne? Ich find das so süß. Warte mal. Du. 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 Eau. Du. Du. Es wird verwirklicht. Oh. Oh. Extraction arrived at the mother base. Ich find's lustig. Nein, PETA hätte da was gegen. PETA, P-E-T-A, ne? Nicht PETA, die Person, sondern egal. Wo bin ich hier? Warum liegt hier Stroh auf dem Boden? Nein, so. Bla bla, ich bin schneller als du. Um. Ja. Okay. 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 Sorry, ich fand's einfach so lustig. Tschüss. Ja. Was? Nein. So. Ich will. Was will ich denn mal? Will ich das wirklich? Ja, ich will das mal. Ja. 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 So. Entwicklung. Wow. 99 Gegenstände. Wollen wir noch mal gucken, was kann man denn so? Los geht. Risiken. Oh. Achします. Oh. Ey. Oh. Das ist nicht besser. Ich habe den Weg, ich habe den Weg eingelassen. Ich habe den Weg gewonnen. Geht nicht mehr. Gut. Unterstützungseinheit, Entwicklungseinheit. Es wirkt schon ein bisschen komplexer, definitiv. Es wird auf jeden Fall noch ziemlich actionreich. Auch lustig, dass ich den überhaupt nicht irgendwie sehen kann. Der scheint mir halt so vollkommen egal zu sein. Wir machen das, Boss. Das ist genug. Als du jemanden hast, bist du frei zu tun, wie du möchtest. Interrogate ihn, schau ihn aus, schau ihn. Und schrauch das letzte Mal für mich. Geht und schau ihn aus. Gut. Geht und sie aus. Geht und sie aus. Ah, okay. Mehrfach schlagen. Geht und sie aus. Geht und sie aus. Geht und sie aus. Ich bin auf LZ. Ich bin auf LZ. Ich bin auf Motivation gekommen. Ich bin auf LZ. 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 Ja. Gut zu wissen. Eliminieren Sie den Kommandanten der Spitznatz-Einsatztruppe, die im Geheimen an der Operation der verbrannten Erde in Afghanistan teilnimmt. Ich bin auf LZ. Und das Ziel hat eine Aufklärung, eine Haltesdorf, eine Haltesdorf, eine Haltesdorf, eine Haltesdorf, eine Haltesdorf. Ach, fangen wir doch mit... Fangen wir doch mit der gleich an. Ich will aber erst mal noch was... Ich will aber erst noch was machen. Und zwar... Ja. Will ich da hin oder will ich da hin? Ich glaube, ich will erst mal da hin. Wow! Ja, auch zu schön gewesen. Nebenwaffe. Okay. Das kann man sich auch ziehen. Nice. Was ist das? 80-Gerät. Oh. Werkzeuge. Später kann man auch noch den Charakter aussehen. Nett. Oh, warte. Kopfoption. Äh. Kopfoption. Gibt's keine. Sehr cool. Aktuelle Zeit. Scheiß auch drauf. Wie heroisch. Wie episch. Unglaublich. Unglaublich. Geil. Ich sag es euch. So. Jetzt gibt's auf der Fresse. Schon wieder dunkel draußen. Ist ja unglaublich. Nur zur Info. Wir haben Samstag. 17.30 Uhr. Es ist dunkel draußen. Und es hat geschneit. Ja. Hey. Herrf. Huh. fing. Hmm 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 Your target is a spetsnaz detachment commander your orders are to take him out The skills like his and be ashamed to waste them I'll leave the method up to you Boss make your way to shagokalai and eliminate the target Okay I Ach so viele schöne Blümchen So erstmal möchte ich aber wissen wo ich hin muss Da Das kann ich ja Nicht irgendwie hochklettern So rein aus Oder doch Egal Ich werde erstmal so ein, zwei kleine Dörfer hier neben mir mal anschauen Hier scheint er ja Oh so Hier scheint er ja auch irgendwie Verstärkung herzunehmen Ich bin hier gerade ein bisschen obvious Also known as absinthium That's used to make your phantom cigars Ich bin hier Ich bin hier Ich bin hier Oh 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 Blirz 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 He's coming too Roger that Extraction failed Oh Lol Da drauf achten die Nice, der Scheiß, Alter Oh 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 Du musst ihn entfernen. Oh. Schöre. Hmm. Die Materialien haben bereits geprocessiert. Es kann nicht viel sein, aber wir können sie direkt auswählen, wenn du sie zurückkommst. Jetzt mal rein aufs Interesse. Ja, pass. Oh, gut. Dann... Dann nicht, ne? So, wo wollen wir denn mal als nächstes hin? Erstmal wollen wir hier die Pflanzen einsammeln. Das ist wichtig. Denn wir Loot Ninjas stehen für unser Loot ein. Oder... So. Was? Will das hier ans Bein pissen? Soll er mal rankommen? Auf Schnauze hier! So, ähm... Wo wollen wir hin? Wir wollen hin. Äh... Da waren wir. Ja, da, ne? Wollen wir mal das Dorf da ausräumen. Das muss ich ja ehrlich sagen, das find ich cool, ne? Hier, so ein... Oh. cho... ... in den Händigen. Ich hab's da drin. Los geht's mal raus, das geht da hin, ich hab's ja ausreden. Hm, wie soll's denn jetzt happen. Wenn er sich nicht treffen lässt, muss ich ihn eben in die Schnauze hauen. Ist auch in Ordnung. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020 So, wollen wir mal kicken, ne? So, was haben wir denn hier? Da ist nix. Da ist auch nix. Da ist überall nix. Ach doch, da. Da sind eins, zwei. Äh. Ich glaube, ich muss näher ran. Weil ich hab das Gefühl, mein Radar hat die jetzt nicht ganz alle im Blickfeld gehabt. Das ist aber auch nicht schlimm, das kriegen wir ja hin. Da ist n Diamant. Da ist n Diamant. Da ist n Diamant. Keep your guard up. Keep your head up. Aua. Okay. Das war grad nicht so toll. Irgendwie hab ich derbe Paranoia, dass dieser komische Nebel schon wieder kommt, ne? Ich hoffe, der kommt nicht irgendwie immer so random zwischendurch, ey. Dann kann ich... Dann kann ich überhaupt nicht drauf. So. Schauen wir uns das Ganze noch mal von etwas näher an. Den hab ich vorher nicht gesehen. Den hab ich vorher auch nicht gesehen. Das ist dieser komische Generator. Guck mal, doch mehr als gedacht. Ich hab wahrscheinlich auch noch nicht alle gespottet. Warte mal, was läuft da noch irgendwas? Nee. Das sind Behindertenraben, ne? Da hinten ist noch jemand. Ich glaub, ich möchte da zuerst hin. Da scheint das dicke Gebäude zu sein, das Wichtige. Ja. Komm, doch. Das ist in Ordnung. Was ist das da? Irgendein Außenposten. So. Ich werd mir noch mal kurz angucken, was ich jetzt mit der Mother Base machen kann. Das interessiert mich nämlich auch. Oh. Ah, ne Schnepper. Ich glaub, ich werd die Sniper mal machen. Just in case. Ich will kein Drop Point. Hab ich das gerade ausgewählt? Please specify a project. Das wollte ich doch gar nicht. So. Oh, Alter, was man da noch alles machen kann. Mhm. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, ja nächstes Ziel würde ich sagen, da rein, beziehungsweise das Ding ausschalten Und mir einen nach dem anderen hier wegsnacken und am liebsten natürlich alle mitnehmen Sind halt alle irgendwie mehr oder weniger wichtig Ach, da steht keiner, doch da steht einer Gut, ähm, halbe Stunde ist aber schon wieder rum Geht schnell, wa? Äh, danke fürs Zuschauen Bis zur nächsten Episode Toodoo Soodoo